Wo sind die ganzen Höhlen hin? Hier waren doch so viele Höhlen. Jaja, Wärmenschutz war 50%, aber stabilisiert sich. Ist klar. Platin haben wir hier. Brauchen wir gar nicht. Du bist erschöpft. Warten auf Aufladung. Oh, das ist schon geil. Hä? Mist, wir brauchen jetzt Tamion. Boah, wie geil das ist. Warte mal eben. Boah, schau mal. Was? Jetzt geht die Musik weg. Ah, nee, noch nicht. Boah, das ist schon geil. Ohne Spaß. Oh. Was ist das denn da unten? Ja, das ist schon geil. Das ist schon... Also es macht echt Spaß, hier so rumzulaufen. Ach, das ist unsere Base, ne? Ach, guck mal an da. So, ich mach mal dein Foto, muss ich nochmal aus. Ähm... Wollte mal kurz... ...grad die Aussicht genießen. Wir haben Schutz stabilisieren. Ja, 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 ja. So. Nee, warte mal. So. Uh. Uh. Ich darf nur nicht vergessen zu speichern. Ich vergiss mal das Speichern. Das heißt, wir können hier bei uns auf einem eigenen Planeten auch diese Pflanze farmen. Das ist ja geil. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war Antrium auch hier kriegen. Und das nicht gerade wenig, so wie das aussieht. Obwohl, es steht eigentlich, dass sie exotisch ist. Aber man kriegt ja anscheinend sowas aussieht. Auf jedem Planeten. Gut, dann... ...würsten wir das auch. Äh... Wo ist hier die... Da ist die Pflanze. Da ist die Pflanze. Gib mir die Pflanze. Apropos Pflanze. Äh... Cannabis kann man sich jetzt, glaube ich, irgendwie... ...vom Arzt verschreiben lassen, ne? Wenn man es braucht. Ist jetzt, glaube ich, legalisiert worden, ne? Habe ich jetzt gelesen gehabt, vor kurzem. So, ich speichere jetzt mal eben schnell. Gut, es ist schade, dass man... ...meistens immer alleine auf dem Planeten ist. Man sollte öfters andere Spieler treffen. Ja, das wäre cool. So, erstmal speichern. So, wieder Herstellungspunkt gespeichert. Sehr schön. So... Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Achso. Wegen der Pflanze, ne? Was, 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 was? Miri... ...hau... ...ah... ...na... ...war das? Wie war das? Wie war... ...war... ...war... ...was? ...wiss? So, pflanzen. Und jetzt fehlt nochmal Tamium. Oh, das ist doch... Mann! Okay, komm, einmal Tamium hole ich noch. So. Also das erste Mal mit Merkel... Ach ja, 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 Mariana war das gewesen, ne? Nicht, keine Ahnung, aber das ist genau Mariana. Einmal mit Merkel einen durchziehen, genau. So, ja, 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 mir geht's gut. So, komm, Tamium hole ich noch. So, Freunde. Und dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns mal nochmal ein bisschen um die Kollegen, weil wir haben ja jetzt eigentlich das... ...haben wir nicht eigentlich schon das geholt, was er wollte da? Muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt nochmal ein bisschen zinken, nehme ich nochmal mit. Da ist Tamium, sehr schön. Da werden wir schon einmal... ...schon einmal hier sind. So. Freunde der Sonne. Ja gut, Tamium ist da drin. Irgendwie, warte. Können wir mal mitnehmen, ist Eisen. Warte, wir haben, haben wir. Wir können uns übrigens mal so eine Zelle bauen. Gleich. Wenn wir noch genug von dem Zeug übrig haben. Ähm. Komisch, Eisenstein, oder? Ähm. Von dem Antrium. Oder wie das heißt. Wenn wir davon gleich noch ein bisschen was übrig haben nach der Pflanze, können wir uns ein paar Zellen bauen, weil dann bauen wir das Lager komplett fertig. Weil dann haben wir unsere Sachen wieder. Mich würde nur interessieren, warum ich das Eisen nicht mehr rauskriege. Das würde mich mal brennend interessieren. Ob ich, wenn ich das lösche und wieder neu baue, ob ich dann, ähm, das vielleicht wiederbekomme. Da müssen wir gleich mal gucken. Ähm. Achso, die Pflanze bauen. Die Pflanze. Die Pflanze. So. So, jo. Mein Biotop. Ja, ja, ja. So. Kann ich denn hier irgendwie, woher sehe ich denn? Ach, hier wächst das schon. Guck mal an. Das ist ja geil. Dauert bestimmt zwei, drei Tage oder sowas. Ähm. Jetzt mal kurz gucken. Wie viel kann ich denn von den Dings bauen? Okay, wahrscheinlich nicht viele, ne? Davon brauche ich 50 Stück. Ernsthaft? Alter Schwede, 50. Krass. Wie viel brauche ich denn davon noch von den Containern? Ähm. Oh Gott. So viele noch. Okay, pass auf, machen wir anders. Machen wir so den einstelle ich hierhin. Sechs. Äh. So. Ja, ich brauche davon zwei Zellen. Ich weiß. Eieieieieieieieieiei. Freunde, 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 Freunde. So, das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen sammeln hier. Von den Dings, damit wir die galvanischen Zellen herstellen können. So. Weißt du was? Da können wir auch in eine Höhle gehen. Weil wir da rumeiern hier. Können wir auch da farmen. Hier. Da, guck mal an. Da ist schon Nummer 1. Nummer 2. So, Nummer 3. Weil 50 brauchen wir ja immer pro galvanische Zelle. Das heißt, wir brauchen schon ordentlich davon. Das habe ich beim ersten Mal, habe ich das auch gemacht. Da haben wir... Da habe ich auch erstmal das ganze Gedöns hier gefarmt, um mir erstmal überhaupt ein Lager zu bauen. Da leuchtet ja immer noch. Hallo? Ist hier noch irgendwie... Ah ja. Aber wie gut, dass sie auch hier zwischendurch mal einfach nur so rumstehen. und nicht hier irgendwo zwischendurch liegen. Schleich. Okay. 300 Eisen nochmal mitgenommen. Sehr schön. Okay, sollte jetzt irgendeiner im Stein sein, den lasse ich mal rüben. Da muss ja... Ich muss ja nicht permanent hier irgendwie einen Stein ausgraben. Der ist auch hier wahrscheinlich irgendwo im Stein vergraben. Das ist natürlich, weil das so prozedural, mein Gott, schwieriges Wort, prozedural generiert wird. Ist natürlich klar, dass hier Pflanzen auch ineinander wachsen und so. So, Freunde, wir brauchen uns fürs Lager. Würde ich sagen, gehen wir da... Gehen wir nochmal ein bisschen auf die Reise und dann, würde ich sagen, haben wir schon fast genug davon. Boah, ein Traum hier in der Höhle. Wie viel hiervon gibt. Ist ja Wahnsinn. Und ich habe gedacht, wir müssen erst woanders hin. Das ging ja schnell. Ich habe gedacht, dieser Klumpen hat mehr Eisen an sich, aber anscheinend nicht. Ihr müsst mich gleich mal dran erinnern. Für die Leute, die vielleicht noch wach sind und vielleicht nicht eingeschlagen sind. Ähm, dass ich speichere. Das wäre ganz lieb und nett von euch, wenn ihr mich daran erinnern könntet. Das wäre super. Also, wenn ich gleich zurückgehe und es vielleicht vergesse, dass er dann einfach mal in den Chat schreibt... Geh speichern! Na? Falls ich es vergessen sollte. Das wäre super nett. So. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir jetzt schon wieder gesammelt haben. Wenn ich überlege, wir hatten fast über 1000 vorhin. Und durch den dummen Fehler vom Spiel haben wir alles verloren. Na ja gut, kann man nichts... Kann man nichts machen. Ist nun mal so. Wo geht es hier lang? Hallo? Ja, hier ist... Hier ist jede Menge. Jede Menge ist hier. So. Ähm, da oben geht es auch noch weiter. Warte mal. Ach, hier geht es raus. Ja, aber raus möchte ich glaube ich noch nicht. Weil da hinten... Gibt es noch ein bisschen was zu sammeln. Hüllentour, juhu. So. Hier waren wir auch noch nicht. Von wo kam... Kamen wir von hier rechts oder so? Kann das sein? Ich habe Angst, mich zu verlaufen wieder. Oh, guck mal. Plutonium. Plutonium nehme ich mit. Brauchen wir ja. Warte mal. Ich habe dich schon gesehen. So. Da ist noch jemand. Den nehmen wir noch mit. Und da. Na, ab und zu. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und zum Sonderstream. So, äh, wo ist denn das Ding denn hier? Okay, dann nehmen wir den hier halt. Und willkommen zu No Man's Sky. So, das Ding ja noch mit. Ich glaube aber, das dürfte, glaube ich, so langsam reichen. So, ich mache jetzt noch einmal die, 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 das Magazin leer der Waffe. Also, das Bergbaustrahl ist damit und dann, und dann drehen wir um und dann gehen wir zurück, ne? Nein, komm, den, komm, den, komm, den einen will ich hier noch mitnehmen, der hier ist. Wo ist der? Okay, dann nicht. So. So, jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt zurück? War das jetzt hier? Warte mal, von wo kamen wir denn? Kamen wir von hier jetzt? Ich lad mal eben die Waffe auf. Warte mal. So, äh, Kohlenstoff. Plutonium. So. Der lag auf dem Weg. Die drei auch. Die vier auch. Was, was ist das denn? Was ist denn das? Eine Eiweißperle. Oh Gott, da werden wir Besuch kriegen. Ja. Wir kriegen dann Besuch von Wächtern. Eliteeinheit. Weil die Dinger sind, äh, irgendwie wohl Bonus. Das heißt, hier werden wir... Besuch bekommen. Der läuft aber anscheinend über uns rum, hier. Die suchen uns. Das ist schon mal geil. Das heißt, die werden uns hier unten gar nicht finden. Das heißt, ich werde die Eiweißperle einfach mal mitnehmen. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir gehen zurück. Aber ich bin schon wieder am Farmen, hier. Es tut mir leid. Da ist schon wieder ein Eiweiß. Ja, Eiweißperle. Ich darf nur... Muss mal kurz weg. Ja, bis gleich. Oder bis später. Oder keine Ahnung. So. Ich warte, bis sie sich beruhigt haben ein bisschen. Da habe ich da einer der, die wir erschienen. Ich weiß gar nicht, was die Eiweißperlen bringen. Ob die mittlerweile auch einen Sinn haben. So wie die anderen Ressourcen. Weil jede Ressource hat ja eigentlich jetzt auch einen Sinn irgendwie. Dass man irgendwie für irgendwas braucht. So, hier nochmal eben kurz gucken. Hier ist das Ding irgendwie... Wahrscheinlich im Stein, oder? Ich gucke nochmal eben. Nur mal eben, komm. Ja, da ist es. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Ich weiß. Ich habe gesagt, ich wollte zurückgehen. Dann mache ich das jetzt auch. Warte. Mein Gott, das Spiel. Das ist so fürchterlich. So, hier ist der Ausgang. Ich kann nichts dafür. Es leuchtet grün. Ich muss es zerstören. Es tut mir leid. Es ist so... Das Spiel zwingt mich dazu. Und der ist doch schön frei hier. Mann. Und je mehr wir haben, ne? Die mehr wir haben, desto besser. Dann brauchen wir nicht mehr... Dann brauchen wir nicht mehr farmen gehen. Was wir einmal haben, haben wir. Das ist nun mal so. Bei den Endlos-Games... Bei den Endlos-Games, beziehungsweise bei den Crafting-Games, ist es nun mal so. Da müssen wir halt zwischendurch farmen. Leider Gottes Namen. So. Guck mal, hier haben wir alles abgegrast. Hier ist nicht mehr viel grün. Ich will gar nicht wissen, wie viel haben wir denn jetzt davon. Okay, davon können wir ein paar Zellen bauen. Ich will nicht zu viele bauen. Warum pro Container mal zwei Zellen, ne? Wie viel Container können wir noch bauen? Waren das drei, vier? So, warte. Container. Sieben, acht, neun, drei Stück brauchen wir noch. Okay, äh, ja. Da oben. Ja, ja, ja. So. Den achten... Machen wir hier hin. Und den neuner machen wir oben. So. Unser Lager. Dann gucken wir mal. Okay, hier ist voll. Was haben wir hier? Da haben wir... Alter, Eisen, jede Menge. So, hier haben wir sogar... Ach, guck mal, Tamium habe ich sogar gesammelt mal. Guck mal an. Ich habe hier eine Menge Tamium mal gesammelt. Weil ich schon im Voraus gedacht habe, auf einem anderen Planeten. Äh, ja, habe ich hier von... Ja, hier, guck mal an. So. Das ist da. Ich kann mal eben von meinem Schiff die Sachen drüber holen. Mal eben, warte mal. Äh, Atlas-Pass habe ich hier nicht im Anzug? Ne, okay. Ähm, die kann ich doch stapele. Die kann... Ich sag dazu gar nichts. Hm. Mein Wärmeschutz. Oh Gott. Äh, warte, warte, warte. Sonst nehme ich gleich Schaden. Ich frage mal eben, was war bei ihm hier gewesen? Was muss man bei ihm denn nochmal machen, wenn wir schon einmal hier sind? So. Schalt... Ach ja, Schaltplatten. Soll es ein Wissenschaftsterm... Was soll es mit dem Wissenschaftsterminal? Dü, 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 dü. Hä, warte mal. Wissenschaftsterminal? Eine atomare Bergbau-Einheit. Mach die Arbeit, äh, äh, anfangen. Ich brauche, äh, für alle möglichen Gegenstände Schaltplatten. Du solltest dem Wissenschaftsterminal besser einen Besuch abstatten. Den Wissenschaftsterminal. Das ist der... Techniker. Das ist der... Ist es der... Ist es der... Ist es hier der... Der Wissenschaftst... Ist es das Wissenschaftsterminal? Der Techniker? 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 Warte mal, ich gucke mal eben. Tatsache. Müssen bei ihm hier, brauchen wir die Schaltplatten. Das heißt also, wir müssen bei ihm jetzt erstmal die Sachen, diese, diese, ähm... Oh, diese, diese radioaktiven Pflanzen erstmal finden. Oh Gott, das wird so fürchterlich. Ich gehe erstmal einsortieren. So. Die packen wir mal da rein. Dann würde ich sagen, die Sachen können auch mit da rein. Dö, 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 dö. Da können wir das stapeln. Hierridium haben wir doch irgendwo schon, ne? Schade, dass man das Lager nicht benennen kann irgendwie. Oh, guck mal, Eisen. Jede Menge Eisen. Packen wir auch wieder rein. Warte mal, Eiweißperle habe ich doch gerade erstmal. Noch eine Eiweißperle? Da ist doch noch eine. Da ist noch eine Eiweißperle. Noch eine Eiweißperle. Suspensionsflüssigkeit kann da auch mit rein. Wenn wir schon einmal dabei sind. So. Elektrodampf und... ...Aktormenergie. Eisen haben wir hier noch. So, Inventar voll. Warte mal, war Eisen hier oben? Wollen wir eben schnell schauen. Eisen war doch, glaube ich... Ja, Eisen war hier. So. Dö, 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 dö. Hierridium. Moment, war das hier? Es wäre doch schön, wenn man noch... Guck mal, Platin. Es wäre doch schön, wenn man die Lager benennen könnte, damit man ungefähr weiß, wo was drin ist. Dann brauchen wir nicht immer die ganze Zeit suchen. War das hier oben? Da, hierridium. Yay. Hierridium, hierridium, hierridium. Da ist Kohlenstoff sogar drin. Zink können wir auch mal abgeben. Dann haben wir auch mal irgendwie so einen kleinen Lagerbestand. Das packe ich mal hier rein. Und... Emeril? Habe ich Emeril nicht irgendwo schon gesehen? Ich meine, Emeril habe ich auch schon irgendwo reingepackt. Packen wir es mal hier rein. Da sind die ganzen grünen Klamotten drin. Da ist Titan. Okay. So, warte mal. Dann haben wir nämlich wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventory. In der Inventory. Ich weiß gar nicht, wofür ich das hier brauche. Kann ich eigentlich verkaufen oder so? Kann ich das irgendwo reinlagern? Wo gerade vielleicht Platz ist oder so? Ja, komm hier. Packen wir mal hin. Und zack. So. Schiff ist auch leer, ne? Genau. Der kann hin. Und dann meine. Toll. Besucher Vaynerona. Woah!